Wer war Marcel Koller? Da waren wir alle überrascht, wer ist Marcel Koller, was kann Marcel Koller, was wird er machen? Ralf Rangnick kennt jeder im deutschsprachigen Raum, bei Ralf Rangnick wissen wir wirklich, was da auf den ÖFB zukommt. Und das ist einfach eine irrsinnig spannende und hochinteressante Trainerpersonale, wo jeder überrascht ist, dass der wirklich nach Österreich zum ÖFB kommt.